Yo, moine Süßen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raft. Bei mir sind die Gerdi und der Tobi. Ach nee, das ist die Winkelkatze. Wo ist Tobi hin? Da ist er. Ach Mensch, du verkleidest dich ständig. Ich dachte, das wärst du jetzt. Ja, wir beginnen praktisch direkt mit einem Tatort. Ja, hier stand nämlich letztes Mal noch ein Motor, also ein Antrieb und der ist weg. Ich sehe hier Spuren, gebrochene Planken sehe ich hier, aber der Hai hat den Motor bestimmt nicht mitgenommen, glaube ich zumindest nicht. Also gibt es genau zwei Tatverdächtige. Tatverdächtige Nummer 1. Der Hai. Und, 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 wo ist der hingelaufen? Das kleine Wiesel, wo ist der hin? Da. Tatverdächtiger Nummer 2. Ich, äh, sonne mich in Unschuld. Ihr seht mein Inventar, da ist gar nichts passiert. Und damit herzlich willkommen. Ich war euch doch dabei, schon hier in uns zu machen, was du trittest. War ich auch der Meinung. Gerdi wollte pinseln und es ist darüber schwer, dass die Farbmühle nicht läuft, weil wir uns nicht bewegen. Und du wolltest einen Motor bauen. Und ich habe kluge Sprüche geglaubt, wie immer. Ja, ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwo ein Motor noch abgammelt in den Tränen. Dann baue ich mal Holz ab. War ich nicht eigentlich schon am Holz ab. Oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir da oben, ich meine, wir haben auf der Insel schon, äh, was machst du das? Ach so, ach, der kloppt jetzt unser Boot weg, ey. Ich nehme mal ein paar Planken, ne? Wie hier, ich meine, wir waren hier doch auch schon im Wasser und haben abgebaut und so, oder? Oder nicht? Shit. Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall, dass direkt unter Flos noch wertvoller Sand liegt. Weil wir auch gar nicht irgendwie 120 auf Lager haben oder so. Die Sauerstoffanzeige, okay. L springen. So, Gerdi wollte... Ja? Noch bevor sie mit der Farbe loslegt, wollte sie sich die Netzkanone schnappen. Und was wollten wir fangen? Ich glaube, hier gibt es nur noch diesen komischen... Diesen, äh, Woody Woodpecker, der hier die ganze Zeit rumlert, ne? Also ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich mit dem Thema... Ich wollte, also ich wollte gar nicht. Schweig still. Mutprobe. Also ich habe... Nachweisbar... In einem meiner vorherigen Videos zu sehen... Schau doch mal rein. Nein, Herr Scher. Nachweislich habe ich schon ein... Ein Lama gefangen mit der Netzkanone. Da hat ihn was abgebissen. Ja, hi. Wer sonst, sag mal. Wer beißt hier die ganze Zeit Sachen ab? Was meinst du? Wer könnte... Was ist das denn hier überhaupt? Leute, ich werde hier so Sachen gesprungen, die ich gar nicht wollte. Gezwungen allein. Sag mal. Das ist eine Mutprobe. Du bist vor der Feigling, wenn du das nicht magst. Dann bin ich nicht mehr Feigling. Feige ist, wer andere Sachen zu Sachen zwingt, die sie nicht machen wollen. Da. Ja, sag dir, Feige. Wie viel Schuss haben wir denn überhaupt? Sollten vier sein. Ja. Geil. Ganone fetzt ja, ne? Mit der Gabel als... Mit der Gabel fährt er dran, ja. Genau. Warte mal, aber bist du jetzt schon losgelaufen? Nein, ich stehe hier. Stehst hier. Wo ist hier? Auf dem Waft. Achso. Okay. Ubi? Ja, was? Ja, wollen wir los? Also, ich baue noch hier die Zäune zu Ende. Achso, okay. Dann brauchen wir uns zu Ende. Dann, keine Ahnung, tauche ich hier noch ein bisschen. Sorge, voll wichtiges Material und so. Es ist zu Ende gebaut. Ja. Alter, die fette Bumme, Alter. Warte mal, das können wir hier als Zielbild nehmen hier. Gibt es hier eigentlich sowas wie... Ne, gibt es hier nicht. Da muss ich das blöde Fadenkreuz wieder raustuschieren. So, ich kann, ne. Warte mal, was könnte das denn? Das kann doch gut werden. Ne, nehmen wir das als Screenshot nachher. Das ist doch schön. Bitte. So, da ist es. Hast du fertig? Gut. Ja. Was nehmen wir denn mal? Was soll ich jetzt fangen? Ja, ich meine, der müsste hier oben irgendwo gewesen sein, ne? Das ist kein Dodo. Ein Dodo sieht ganz anders aus. Das ist kein Art gespielt. Wir finden halt irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem Dodo. Also, ich habe selbst auch noch keinen Art gespielt, aber ich weiß, wie ein Dodo aussieht. Ja. Ich bin der Meinung, das ist ein Truthahn oder sowas. Äh, äh, genau. Bevor wir hier losrennen, hast du überhaupt den Zaun... Du hast den Stall gar nicht zu Ende gebaut, ne? Das habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Ach, ich dachte, du wolltest das Ding zu Ende bauen. Okay, alles klar. Äh, die Bewässerung ist da. Das ist alles da. Ja, dann, äh, ich meine, der muss hier, hier oben irgendwo. Seid ihr mir überhaupt nicht hergekommen? Nö. Oh. Wir sind gleich auf dem Berg. Ja, da seid ihr doch. Ja, da seid ihr. Oh, da bist du. Nee, Leute, ich kann... Da springt er mich an. Ich kann laufen und reden gleichzeitig. Was für ein Multikapier. Ja. Alter Schwede. Krasser Typ. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Stopp, stopp, Tobi. Nicht, 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 bevor er wegläuft. Bleib hier hinten. Wo ist Gerdi? Hier. Wo ist er, ich sehe ihn. Was, wo, was, 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 da. Da hinten läuft er, siehst du ihn? Da. Ja. Siehst du? Ja, und den soll ich fangen. Und den sollst du fangen. Mit der Kanone draufhalten und gib ihm. Bin ich mal gespannt. So, das war doch easy. Jetzt musst du ihn nur noch mitnehmen. Mitnehmen. Ja, ohne Witz. Hey, oh, du bist ja süß. Nein, nicht lassen lassen. Nein. Den musst du in der Hand behalten. Können wir das Netz aufheben? Oh Gott, nein. Du musst vorsichtig sein. Hast du doch zwei Schuss. Oh, Bruti. Wo ist er denn hinten? Bruti, komm her. Okay, also am Anfang dachte ich, alter Schwede, was für ein Profi. Und dann ließ sie den Vogel fallen. Mann, der hat mich so süß angeguckt. Oh. Und dann hat er dir ans Schienbein getreten. Hast du gesehen, wo er hin ist? Ja, der muss hier irgendwo sein. Ja, der im Dunkeln ist auch cool. Yay. Dunkel lässt es munkeln. Ja, genau. Bruti? Wie heißt der? Koti? Nee, Troti. Troti. Koti? Ach, das ist halt ein schöner Kosenamen. So, der hat meine Frau mich auch gemacht. Ich will eine Prognose abgeben, aber ich glaube, den bei Nacht zu jagen, macht wenig Sinn. Bruti, Bruti, Brut, 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 Brut. Was wir jetzt natürlich machen können, alle kurz aus Raft schlafen, weitermachen. Okay. Ich bring mich jetzt um, weil Druti weg ist. Dafür muss ich natürlich erstmal das Raft wiederfinden. Shit, was ist das denn? Auf der anderen Seite. Die auf der anderen Seite. Hier. Ja, hier. Jetzt was ich mal höre, ey. Ach nicht. Aber irgendwie sind's. Geil. Warum verlaufe ich mich eigentlich immer dann, wenn es gerade nicht so richtig nicht passt? Da hinten. Weil das verlaufen ja meistens auch nicht fast. Ja, eben. Weil man verläuft sich eigentlich nur, wenn man feststellt, scheiße, man ist gerade nicht da, wo man sein müsste. Katsch. Oh. Das ist so ein geiles Survival-Game. Weißt du, du nimmst keinen Fallschaden, das Essen verrottet nicht. Ist ein kleiner Traum. Wieso? Man kriegt ja Fallschaden. Echt? Ich habe gerade keinen Schaden gekriegt. Ich habe Fallschaden bekommen. Aha. Tags an. Nur Fallschaden. Ah, hi, hi, Drecksack. Oh, er ist tot. Ha. Hat sich ausgeheiert. So, ich lege mich dann jetzt mal schlafen. Okay. Das müssten dann alle anderen auch tun, damit es weitergeht. Ich muss dann erst mal was trinken. Gedi? Ja, ich suche nur den Weg nach unten. Ach, du bist noch gar nicht auf dem Boot. Okay. Also bei mir auf dem Bildschirm steht eine ganz klare Aussage, eine ganz klare Aufforderung. Alle Spieler müssen schlafen. Ja, ich bin noch schon unter Witz. Toll. Man kann im Schlafen, im Liegen kann man nicht trinken. Oh, Quatsch. Oh, langweilig. So, ich stehe mal wieder auf. Ich muss was trinken. Ich habe mich eben komplett volllaufen lassen und dann ist schon wieder alles weg. So. Ding. Ah, wir schlafen. Ding. Schlafen dach. Was denn? Schlafen dach. Ist vorbei. Die Sonne geht gleich wieder auf. So, jetzt werden wir was essen. Wieder mit Wasser auffüllen hier. Ich habe übrigens noch zwei Mangos mitgebracht. Oh, lecker. Da war noch eins mit drin. Und wir müssen auch bald wieder angeln, ne? Ja. Mein Handy spackt gerade ab. Brauchst du. Ich habe hier die ganze Zeit Stillgeräusche im Kopfhörer. Da redet ein bisschen. Ah, die Baum ist nicht gewachsen. Äh, warte mal. Zum Thema Angeln habe ich doch gerade einen Haifisch erlegt. Uh, ein Hanffisch. Ich weiß nicht. Kann man noch rohen Fisch irgendwo rumlegen? Nö. Sonst noch irgendwas, das roh ist, das man braten kann. Kartoffeln haben wir noch. Kokosnüsse, ne? Ich weiß nicht. Kann man eine Kokosnüsse braten? Also in Rue Life. So. Oder besser gesagt, würde das was bringen. Ist das Feuer nicht verschwendet? Was würde was, wie, wo, was, wie bringen? Würde es, was bringen, eine Kokosnuss, die ein Rue Life ist braten. Ich glaube, es geht nicht mal, ne? Würde es explodieren. Ich habe auch noch nie was von gebratener Kokosnuss gehört, wenn ich ehrlich sagen soll. Ich auch nicht. Also angebratener Kokosraspern, ja, das habe ich schon mal gehört. So. Ich wäre dann soweit. Warte mal, hier kann ich noch einen überflüssigen Kopf ablegen. Dann haben wir inzwischen drei auf Halde. Was soll ich deinen Kopf ablegen? Ja, meinen, genau. So, lass uns mal Troti suchen. Ich soll euch Troti suchen? Nein, lasst uns mal Troti suchen. Achso. Lass uns mal Koti suchen. Ich glaube, das Tier, was ich einfange, werde ich einfach Dodo nennen. So einfallslos. Da könnt ihr mir gar nicht mehr sagen, dass das kein Dodo ist. Das ist Dodo, das ist kein Dodo. Doch, steht dran, das ist Dodo. Ich habe recht. Ich habe recht. Du hast Unrecht. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist, zu dem der hier generell zurückkehrt, oder ob der jetzt einfach irgendwo anders Strom angegangen ist. Ach, die Insel. Hier sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Manchmal ist das ja so, dass sie irgendwie nach einer bestimmten Zeit an den Ursprungsort zurückkehren. Ja, das wäre das, denke ich, auch irgendwann vielleicht in einer Stunde oder so. Oh, cool. Wenn Sie bei Bahn. Deswegen ist, du kannst hier auf der Insel ja auch nichts mehr machen. Wir haben alles abgebaut. Ich gucke mal von hier oben hoch. Hier oben habe ich einen tollen Ausstatt, dass man die Bäume nicht abbauen kann. Hätten dieses Halsbestimmungen benötigt. Wenn man sich hier auch da hinten noch ein paar Ball teilen, die ich abbauen kann. Ich wollte gerade sagen, dass dann doch Bäume, die man abbauen kann auch noch nicht. Ja, denke ich schon. Also hier sehe ich Koti nicht. Ja, baum. Wie so nennt ihr immer Koti. Koti heißt er. Trudhahn, Trudhi. Koti. So ist Trudhi. Ich kann von hier oben sehe ich nicht. Kann ich hier noch hören? Du bist nicht hier rüber. Hier rüber komme ich noch höher. Ja, ist das der höchste Punkt der Insel hier. Ich kann Trudhi nicht sehen. Trudhi hat euch gesehen und ist erschrocken. Ja, könnte aber auch daran gelegen haben, dass du mit dem Netz auf ihn geschossen hast. Ich weiß es nicht so genau. Und du sagst, dann wäre er hier in die Richtung abgehauen. Ja. Ich weiß auch nicht, wo du stehst, aber da. Noch zwei was. Ich bin mir natürlich nicht so sicher, ob man den auf die Entfernung überhaupt sehen würde. Ich sehe da unten Tobi rumlaufen. Das heißt, die Sichtentfernung müsste eigentlich reichen, aber... Kann sich natürlich unter irgendeinem Baum verstecken. Oh, das ist vor Angst gestorben. Oh, ich sehe ihn. Er segelt gerade bei unserem Raft davon. Tschüss, ihr Spacken. Alter, ich mache gleich mein Handy aus. Das nervt ja gerade total ab. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das in der Aufnahme hört oder nicht. Ich höre nichts. Das ist gut. Das ist vielleicht auch nichts. Das ist vielleicht... Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Zurück zum Raft. Zurück zum Raft. Ich sehe ihn. Da ist du. Truti. Ich dachte, Truti. Da ist er. Truti in euch. Geddy muss ihn nicht holen. Du musst mir aufpassen, dass Geddy nicht... Bist du am Raft? Ja. Du bist am Raft? Hier. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin doch hier. Ach, da. Ich beobachte ihn. Da vorne, direkt gerade vor. Da am Strand. Truti. Hat gerade eine Session. Truti kommt noch ein, mit so einer fetten Kanone in der Hand. Liebe Zuschauer, wird es sich schaffen, wird es sich nicht schaffen, wird es sich mal schaffen. Den Arm klein. Ja, sie hat ihn. Und lass ihn bloß nicht wieder fallen. Weißt du was? Guck ich gerade an. Oh die. Oh die. Da muss ich hinbringen. Ich lebe eine Dose, ne, 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 jetzt nicht mehr. Ruti. Hallo mein Süßer. Und jetzt werden sie gleich beide vom Hai gefressen. Alter. Mein Leben. Ich bedroh die. Eigentlich, genau. Rau, bin ich auch auf der richtigen Insel. Ich glaube, da muss ich jetzt reinspringen und da kannst du ihn loslassen. Genau. Hier kann ich ihn jetzt loslassen. Ja. Sicher? Ja. Und dann kannst du ihn sogar benennen. Er hat so ein Namensschild um den Hals. Truti, mein Süßer. Der Hai ist schon wieder da, Herr Blödsack. So, und die blöde Bewässerungsanlage hier, die leuchtet automatisch? Ne, da fehlt eine Batterie, Tobi. Oh. Ja, hab ich gesagt. Sagtest du nicht? So, Truti ist benannt. So, die Wummel kannst du ja, keine Ahnung, hier hinschmeißen in die Kiste. Wie das? Also, ich würde nochmal... Oh, das ist so die Kreml, der über ist, Kiste. Fangen jetzt doch mit Tohle. Nehmen. Todi, komm mal her. Einmal lächeln. Der frisst hier gerade, dass das Gras weg glaube ich. Ich hoffe mal, dass die paar Felder, die wir haben, dass sie reichen. Nicht, dass er schneller frisst, als das nachwächst. Sonst müssen wir anbauen und die mehr umsetzen. Das ist alles nicht so einfach, weil wir müssen das Material haben. Wir machen momentan kein Material, weil wir stehen. Eigentlich könnten wir auch wieder losfahren, oder? Ja, wir haben doch jetzt Troti. Wir haben Troti und wir haben sämtliches Material von der Insel, behaupte ich jetzt einfach mal. Also eigentlich könnten wir doch wieder los, oder nicht? Ja. Troti haben wir und wir Troti dann eventuell auch anbauen können. Müssen wir jetzt los. Müssen wir los, genau. Pobi, hast du die Maschine schon zu Ende gebaut? Nee, also müssen wir segeln. Pobi, bist du an Bord? Ich komme gerade. Anfällig, dass ich segel das ganze Zeit gesetzt, ist auch cool. Der ist total putzig. Ich bin verliebt. Du bist soweit, dann an Kerli stellen. Und Abfahrt. Ich habe jetzt einen neuen Freund. Ja, super. Die nächste Aufnahme ist dann nur noch mit Troti. Wir sind raus. Ja. Dodo. Du hast ihn jetzt nicht umbenannt. Dodo. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir keinen Dodo hätten. So, jetzt haben wir einen Dodo und jetzt haben wir einen Troti. Also voneinander. Für dich sieht es schlecht aus. Die nächste Aufnahme ist mit Dodo und Troti. Was da wohl rauskommt. Ja, aber dann müssen wir, glaube ich, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese blöde Bewässerungsanlage, ob das jetzt funktioniert oder was. Ich habe da Wasser reingetan. Einschalten muss man den offensichtlich irgendwie. Ich hätte das Segel gesetzt müssen. Ich habe das Segel gesetzt. Ja, aber dann guck da mal nicht rum. Wir treten euch direkt auf die Insel zu. Da bin ich ja nichts für. Ja, das Ding ist, wir müssen das Raft drehen, ne? In die Strömung, mit der uns noch verbleibenden Maschine. Wir haben noch hier einen Ruder, oder nicht? Man muss aber die eine Maschine erst mal anmachen. Ja, ich kenne das auch so. Oh, wir drehen uns aber gerade ganz schön hart. Hoffentlich ist keiner gesehen, krank. Ich hole das Segel mal ein, und dann müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir jetzt treiben, oder? Ja, in die Richtung, wo der Wümpel hier hin zeigt. Ja, äh... Das ist ein bisschen weiter dahin. Boah! Das ist hier gerade ganz schön am Abspacken, kann das sein. Hey, wieso drehen wir denn jetzt schon wieder? Komm schon noch. Was ist denn? Weil da noch ein Felsen ist. Hi! Shit. Hi! Dann greife ich dich halt aus dem Wasser an, du Arsch. Dann schwirr mich dir hinterher, du Blödmann. Wir haben schon zwei Löcher. Wir haben schon mehrere Löcher. Wir müssen mal ein bisschen... Ein bisschen Plaste. Und ein bisschen Holz. Ich muss mal ein bisschen reparieren gehen, hier. Bisschen aber nur. Wie ging denn das nochmal? Ach ja, reparieren, reparieren. Ach wirklich, jetzt habe ich schon wieder Durst. Das gefühl kenn ich, ihr schwörst mich. So. Reparieren. Was soll das denn jetzt? Jetzt hat er hier, Alter. Reparieren. 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 60% Gesundheit. Blau hast du nicht gesehen. Dann. So, dann ist es das komplette Schwarz. In der Foundation. Zack. Hab ich die schon mitgenommen? Ja, alles klar. Neun. Zack. So. Schwimmen wir jetzt endlich in irgendeine Richtung, oder? Ja. Dort noch ein bisschen. Oh, hier fehlt auch ein Netz. Oh, Alter. Hä? Dieser Kackhai. Riesendreck. Aber irgendwie treiben wir nicht wirklich in... Hier so aus. Weil noch kein neues Luke gespawnt ist. Doch. Das schwimmt aber an uns vorbei. Oder da. Oh, die haben ein Hai. Ein Hai. Ein zweites Hai. Nein. Ein zweites Hai. Ein Hai. Ein zweites Hai. Das mal da. Vielleicht kommt da ja noch was draus. Dann haben wir nachher 5.000 Vögel. Wir können das Ei als erforscht benutzen. Benötigt Wasser. Denkt ihr da auch mit dran, dass wir hier immer regelmäßig mal Wasser reinfüllen müssen? Ja. Lass mal alles reinmachen. Ich glaube, dann werden wir... Ähm... Da noch einmal... ...einen Wasserreiniger daneben stellen, ne? Glas. Noch ein? Ja, nur für die Vögel. Dann. Ich meine, das Reinigen von Wasser gibt eigentlich recht schnell. Hat ein Kapitän eigentlich Lust sich das gejammer? Sag mal Matrosen und so. Feiß. Wieso? Ich hab doch gar nicht gejammer. Ich brauche noch mal weitere Motoren. So. Hier ist jetzt ein Reiniger. Einen Wasserreiniger. Ach, äh... Ehh... Hab ich Hunger. Kann doch nicht arbeiten. Achso, Gäldi, deine Wassermügel läuft, ne? Wenn du da Blumen reinhauen willst, dann wäre das... Hab ich schon? Wäre das ein guter Zeitpunkt. Ich hab noch Gelbe, hab ich schon mitgenommen. Ja, das ist ja gut. So, der Le... Hm. Hier kommt jetzt... Hier kommt jetzt wieder Material rein. Juhu. Hey, ihr habt ein neues Ding. Wie? Oh... Too much information, Robi. Irgendwie war das jetzt komisch. Ja, das war irgendwie ein bisschen seltsam. Creepy moments. Ein... Kugelfisch durch die Gegend fliegen. Aber es ist offensichtlich nur Tobi kurz an mir vorbeigerand. So, ein paar Holzplanken waren auch mit dabei. Sehr schön. Das bedeutet... Warte mal. Könnte man ja mal wieder... Achso, die baut man gar nicht hier, ne? Das baut man hier. Oder? Ne. Ach, warte, die noch. Da, da, da. Lenkrad, Motor, Antenne, Wimpel, Empfänger, Seil, Segel. Hi. Ich habe leider keine Planken dabei. Kann mich reparieren. Ja, keine Planken. Erstmal rausnehmen. Dabei. Erstmal dabei. Soll ich nochmal ablaufen? Hat er hier sonst noch... So, jetzt könnte ich nicht mehr variieren, weil kein Holz mehr. So, ich höre ich hier die ganze Zeit nur fressen. Ich sehe, war kein Angeln. Ich kann gleich angeln. Aber ich wollte noch die Farbe fertig machen. Uh. Ich nehme mich ein Ex-Insel. Müssen wir auf jeden Fall mehr Metall als wiederholen. Ein bisschen Dekoration angefühlt. Uh. Damit das mal schöner aussieht wie alles. Das war immer gut. Ich habe aber immer noch nicht rausgefunden. Da. Seil und Nagel. Hier war ein Seil. Ja, doch. Seil, 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 Seil. Ach, das ist ja geil. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ach, shit. So viel Zeit verschwendet von Nothing. Ja, ja, ja. So. Vier Nägels brauche ich. Wir haben einen. Nägel bestellt man aufs Schrottheld. Ja. Furcht geangelt, ne? Oh. Jo, alles klar. Überwachung. Was wollte ich jetzt herstellen? Genau. Eins und zwei wollte ich herstellen. Überwachung. So, Nägel. Da haben wir jetzt erstmal wieder ein paar. Futter kommt hier so rein. Dann. Wenn hier so mit diesem Anklagefinger durch die Gegend. Wenn man was im Inventar hat, dass man bauen kann. Du, was sagt das Wasser? Ne, was für ein Wasser. Es ist... Anscheinend hat es niemand nachgeschrieben. Wieso? Was für ein Wasser? Ne, ich habe bloß, ähm... Ich habe da einmal Wasser eingefüllt, ja. Ja, das habe ich gerade gemacht. Achso. Ich habe auch gerade nachgefüllt, aber egal. So, ja, meine Flasche war nicht voll, mit der ich nachgefüllt habe. Also den... Was haben wir aufmachen? Den Wasserreiniger, ja, stimmt. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Das sollten wir dann jetzt auch gleich mal... Äh, ja, ihr Süßen, dann machen wir für diese Folge mal... ...schlutz. Äh, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal bei mir oder auch bei der Gerdi mal ein Copy hinterlassen, wenn die ihre Sachen da veröffentlicht. Was immer noch nicht... Du machst das erst, wenn wir fertig sind, ne? Genau, also, äh, das dauert halt noch ein bisschen, weil noch andere Sachen kommen voll. Auf jeden Fall auch ein Lohn in der Kanal immer schon mal drauf gucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann. Tobi, du darfst auch tschüss sagen. Ja, tschüss. Eita, Schwede.